so schwarze brett so wir haben die weifel bekommen richtig die lila ich habe die rmd-sniper bekommen schaden 43 wie heißt die ggn 25 v2 ist ne lila wie gesagt also sehr selten 200 prozent kritischer trefferschaden 2,4 waffen zum und 42 prozent feuerrate siegenauigkeit 5 95,6 siegenauigkeit willst du oder nicht ich verkaufe ich sie ja chill wo bist du eigentlich ich bin in der stadt ja warte mal kurz hast du das fahrzeug genommen? nein erstmal wieder stattfinden muss nur gerade auslaufen 89 schaden was solltest du raketenschießen und der burning smg mit 13 schaden kommen ja die wald ich mal oh fisch brauche ich eigentlich nicht ich glaube ich 8000 ich muss meine brille mal putzen ich sehe gar nichts mehr also soll ich mir einen granatenwerfer holen für was denn? 147 schaden ja mein slide macht 197 schaden naja das ist ein rocket launcher eine richtige no skill waffe ja perfekt für dich ich bin Moritz ich bin immer noch lustig ich bin Moritz ich bin immer noch lustig ja ein bisschen zu verkaufen jetzt sehen machen wir machen wir Raid Cyber also dann müssen wir irgendwie in der arena kämpfen hört sich ganz lustig an also hier also komm warte ich brauch noch Müll die Lenz sind die am besten in der Waffe den Söder hier du brauchst was besseres was maximal? oh falsche also ich kann jetzt ähm Combo Drive kann ich jetzt äh 510 ne 560 Schuss mitnehmen ja da habe ich auch gemacht äh äh Schott Rest haben wir alles noch ok komisch jupp unterwegs hatte sieht aus ja ich muss auch Medi Kids brauche ich noch kurz oh ja das kann ich auch mal gucken ich halte die medizinischen Geräte am Laufen ne ja ja wohl ja zwei leichte Medi Kids mit ja das habe ich noch und ne leichte Medi und Pulle haue ich mir jetzt rein und noch ne normale so lass das du lässt du die Karte hier stehen ja bloß schon was getestet diese Burning Waffe muss ich auch gerade mal was schauen noch kurz einen Moment das ist der Typ da vorne ne rex getötet ich habe da gerade hingeschossen rex getötet 10 von 10 abgeben nein das habe ich gerade aktiviert das habe ich gerade aktiviert ja ja das habe ich gerade aktiviert weil ich kann mir gleich schon noch den Tybi da vorne abgeben gerade überlegt hä ups nicht weh ich schwörst du nur hier abgenommen ich habe es gewusst ich habe es gewusst ich schieß nur daneben nächstes Level ich hoffe wenn ich nicht mehr sprechen kann ich jetzt nicht mehr da und jetzt die legende von Mo töte Mo und Marley das hört sich lustig an ich glaube das machen wir was die Legende von Moe und Marley das ist Moe, nicht Moe ähm, ich habe das hier anders gebraucht da müssen wir sogar hierbleiben da müssen wir da hinten da hinten da müssen Moe und Marley töten also dich und Bob Marley hoher ach, schade nur, dass man mich nicht mit E schreibt ja und kann man aber, wenn man Moe, dann töten wir halt den von Homer, also von Simpsons ach, ne, nicht schon wieder hier und wem, pass auf ach, ne, ne völlig ganz lieber 17 so, jetzt habe ich alles auf 2 so gleichmäßig mache ich nicht, nur die, wo ich brauche brauche ich dir Hilfe? bin schon da, bin schon da so, mal probieren wie das, wie die funktioniert sorry Alter, die geht ab naja, meine geht auf äh, du witzvoll, da hängt noch ein Alpha und noch so ein Säure ist da ich mach pro Schuss 100 Schaden das ist wohl krass ich weiß nicht, wie viel Schaden ist, was auf jeden Fall wirkt ja, das steht auch dran, wenn du drauf 30 no so alles klärchen jetzt ist, wir haben diesmal gerade aus nicht ich höre schon wieder welche ja, die sind hinter uns und ich hoffe, die müssen wir die sind hinter uns Räuber-Bandit Schläger pff lächerlich Alter Piss dich Alter Scheiße, jetzt hab ich mir ein Schild aufgestellt Alles glöcheln Leute, Alter, ich hab schon doch voll hier Okay Rechts und dann links Kommst du? Ja, im Moment, musst du hier hinten vorkommen und dann da durch Und hier lang und da lang Na, Kackvögel Wow, Alter Helf mir jetzt schon mit deiner Kackviecher Alter, erschreckst du mich jetzt so Siehst du mich eigentlich, wenn ich da stehe oder so? Oder siehst du mich erst, wenn ich aufkreuze Keine Ahnung Hab ich jetzt nicht drauf geachtet Ich war ja früher Alter, die sind so Das war Kackviecher, ey Nix, kennst du Alter Ja, bitte lauf in die Sackgasse Ja, ich hab ich, ich wurde hingeschleudert So Ah, verpriesst dich, die Spucker, genau Sie hängt mich manchmal voll an Dingen Left 4 Dead Ja Da gibt's auch dieses Splinter, wo die ganzen Dinge spucken und Diese Boomer und Äh, wohin eigentlich? Ähm Darunter Ja, hierhin Siehst du, was ich sehe? Und siehst du auch, wie viel der verliert? Und siehst du, dass ich brenne? Ich seh gar nicht zu müssen Ja, komm, nö, 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 nö Alter, das ist mir kein volles Elektro-Dinger hier Alter, der leck mich auch steck mir im Arsch Mit dauernd Ich bin auch gleich Ja, ne, eigentlich nicht, ne? Wo bist du? Mach dich, mach Gott, die sind Säure-Timi kaputt So, ich lebe wieder Ach, ach, das sind so viele Ich glaub, das ist dann zu tippen Moe Alter Ich schieße voll drauf, hier Boah, jetzt kann man sich die kleinen Fische Alter Nächstes Level Guck dir noch mehr Alter, ich baller gerade nur noch, ich seh nichts Neu, wo ist der hinterher? Puh Komm her, hier ist der nächste So, nochmal, der andere auch Ja Ich mach mal eben die ganzen Kleinen Ich seh den Großen, ich wüsste der Dann mach du die Kleinen Alter Ach da Ach, 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 ach Wow. Alter. Fuck. Mike. Komm, ich komm. Da kommt der kleiner. Spuckerficker. Alter. Ja, ich. Okay, jetzt brauche ich dann eine andere Waffe. Ich hab ihn gleich. Habe ich auch da. Nimm einfach mal mit, dass du findest. Ich kann nichts mehr aufnehmen, mein Ding ist voll. Ich auch. Was gibt's denn da? Gucken wir mal so rum. Was hat denn der nach? Was hat's das? 136. Ladegeschwindigkeit 15 ist scheiße. Ja. Da brauchen wir nicht. Was hat der da drin? Erstmal ein Kit hier. Langbogengranaten. Ups. Wird mal zu Ende lesen. Ja, das war nicht mal Absicht. Warte, ich kann's dir vorlesen. Ne, ne, ich hab's schon gelesen. Ach. So, jetzt. 176. Ladegeschwindigkeit 19. Das ist geil. Der ist besser denn meins. Nimm ich das Shit, ja. So, auf Distanz schießen sollte, ist schon geil. Na. Jetzt hab ich 229 Schild. Ich hab 300 irgendwas Schild oder 400. Wenn du die ganzen Schilder mal von mir wegzockst. Ja. Loll, da hab ich's ja doch. Ja. Ja. Ich kann mir nichts mehr aufnehmen. Ja. Oh ja, das nicht. Ja. also das Schild war schon geil, das hat ein Ladekapazität von 32, so, wo bist du? ja hast du Ladekapazität? ja, Lade, äh, Ladekapazität, Geschwindigkeit meine ich und wie viel hat dein Schild? keine Ahnung 150, das ist das, was ich jetzt meine, oder? Ladekapazität einfach mal das steht auch unten rechts dran, mein jetziges hat, das blaue ja, das hat 150 aber sagst du dann 300, 400, was schwitzt die denn? 2,0 ich hab zwar nicht, ich hab's kriegen, das steht hier noch oh, Rowdy Machine, oh Gott, das ist schluss ja, ich würd sagen, dann gehen wir mal wieder wieder ganz zurück, oh, wieder ganz da durch das ist eine Kacke das ist ein Mistchen, ey der unter der Brücke durch, gell? ja ja ja, mein Schild ist natürlich auch im Arsch lol ich hab mir die Bisschen ja, Schildsfeuerwerk hier, ne? oh ja das hab ich halt noch nicht so oft gesagt, oder? nö aber, oh ja in der Schule hab ich's oft gesagt, aber jetzt noch nicht aber, oh ja, gehört zu uns oh ja oh ja oh ja ich bin müde ich bin müde boah, Alter, wir haben ja schon wieder halb elf ach Bisschen wie du müde bisle, ich bin halt morgens schon früh aufgestanden, ne? ich hab grad nur drei Stunden geschlafen ja und? und dann ist doch Bisch, ist doch Bisch, ist doch Bisch, ist doch Bisch, ist egal ne, ist sie nicht müssen wir jetzt nichts abgeben natürlich wieder in der Stadt wasch der Welt äh, Mike, ich würd sagen nach dem, ähm, Ding machen wir Feierabend mhm haben ja genug ja wie lange haben wir jetzt aufgenommen? fünf Stunden, oder? vier Stunden, oder das? ne, ich hab halt keine Ahnung ich brauch nur mit fünf Stunden telefonieren, oder? ja ja, geht doch ah, hier muss ich was abgeben ganz schön einsam hier Kohle ich bekomme die ganze Zeit solche Artefakte aber ich kann die jetzt gar nicht irgendwie verwenden oder so, keine Ahnung das ist wieder zwei Artefakte Schock-Artefakt und Brand-Artefakt doch jetzt kann ich so wenden hä? verstehe ich nicht verstehe ich nicht okay man verkauft natürlich noch geschwind ja schock-Artefakt verkaufen kann ich irgendwie nicht ach so ne, doch ich bin auch schon lange fit und egal verkaufen das ist egal Schild das ist ich werde das Schild verkaufen ich werde das Schild verkaufen das ist das ist das ist es ist es ist okidoki ja soweit jeden Fall Wir schauen auf dem ausgemacht oder nicht noch nicht aber das werde ich jetzt tun dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei Borderlands bis dann Tschüdelüh